Jedenfalls in Bezug auf die Frage des Schmerzens der Haare, ja das ist eine unbekannte Angelegenheit, die Mehrheit der Ulema sind der Auffassung, dass das für den Mann unter normalen Umständen Makruh ist. Unter normalen Umständen ist es für den Mann Makruh nach der Mehrheit der Ahlul Ilm, dazu gehören die Malikia und die Hanabila und die Hanafiyah. Ausnahme ist der Krieg, während des Kriegs ist es mit Tifaqt Ahlul Ilm erwünscht, dass man sich den Haar schwarz färbt, weil das einschüchternder ist für den Feind. Jedenfalls, das ist also die Sache, das ist Makruh, laut der Mehrheit der Ahlul Ilm, unter den Schafi'iyah gibt es zwei Positionen, die einen tendieren eher zur Karaha, die anderen tendieren zum Tahrir. Wie dem auch sei, die Karaha ist also der offizielle Standpunkt der hamilitischen Rechtsschule und das ergibt sich daher, weil die Gelehrten grundsätzlich dazu tendieren, Gebote und Verbote durch meine Imperative, Befehlsformen und Verbotsausdrücke im Sinne des Istihbab, also des Erwünschseins und der Karaha interpretieren, weil es sich nicht um essentielle Dinge handelt, sondern meistens um Sitten, um Verhalten, um Erscheinungsbilder und so weiter. Und Sittlichkeiten sind eine erwünschte Sache, keine Notwendigkeit, gehören nicht zu den Darugiyat, den Diensten und so weiter, es gehören zu den Kamaliyat, also es gehört zu den Dingen, die den Menschen auf der einen oder anderen Art und Weise vervollständigen, vervollkommen. Und dementsprechend ist sowohl die Aufforderung des Färbens, es kommt ja auch eine Imperativform, vorher sagte er, er sagte, Die Ahle Alkitab färben sich nicht, färbt durch eure Haare, das ist ein Imperativ, aber das ist nicht verpflichtend. Genauso auch die Aussage in dem Hadith von Abu Bakr, als sie ihn brachten, er sagte, Verändert das, meidet aber das schwarz. Das gehört zu den Adab und den Sittlichkeiten und so weiter, das ist daher nicht im Sinne des Tahrim zu verstehen. Und auch die Aussage, dass es gegen Endzeit Leute geben wird, die sich die Haare färben, das ist kein Indiz für den Tahrim. Dass etwas ein Merkmal für die Endzeit ist, deutet weder darauf hin, dass es gut ist, noch dass es schlecht ist. Es ist ein Zeichen der Endzeit, dass Leute hohe Gebäude bauen. Das ist nicht verboten, hohe Gebäude zu bauen, auch nicht verpönt. Also von daher, was die Frau dann angeht, ob das jetzt auch für die Frau zutrifft oder nicht, ist das nur für den Mann oder ist das für die Frau. Es ist auf jeden Fall, wenn damit Betrug und Täuschung begangen wird, dann ist es verboten, unabhängig davon, was der Mann oder die Frau macht. Unter normalen Umständen, wenn sie das für den Mann macht, beispielsweise dann, ja, das ist so eine Sache. Unter denen, die gesagt haben, dass es Merkruhe ist, haben manche das ausgenommen für die Frau, wie die Hanafi. Die Hanafi sind der Auffassung, wenn die Frau das macht für den Mann und seine Erlaubnis, dann ist es akzeptabel und in Ordnung. Denn das gehört zur Zina und die Zina ist eines der, wie soll ich sagen, eines der Matalib der Frau. Und auch unter Hanabila gibt es diese zwei Positionen. Ishaq ibn Rahawai war der Auffassung, dass es für die Frau legitim ist. Also, wie dem auch sei, es ist nichts gravierend Schlimmes, wenn man es meidet. Man kann ja, wenn man es meidet, ist es okay. Wenn man es macht, ist es nicht so, also es ist nicht der Weltuntergang. Und wenn man kann, kann man ja auch dunkle Farben nehmen, die Richtung schwarz gehen, aber nicht der Anipas.